27 Darmspiegelungen in der Woche zollen ihren Tribunen. Ein getrockneter und eingeatmeter Waschbärkot befällt den Körper mit Spulwürmer. Ich lehne grundsätzlich den Verzehr von Schweineblechprodukten. Ja, aber ich meine, ich kann doch nicht, ich will doch, aber es soll nicht, denn es muss. Ja, aber ich meine, ich kann doch nicht, ich will doch, aber es soll nicht, denn es muss. Soll ich dir ne Schmalzstunde machen? Oh, ich hab keinen Schmalz. Soll ich dir ne Schmalzstunde machen? Aber ich hab keinen Schmalz! Du belügst und betrügst mich! Du belügst und betrügst mich! Ich lehne grundsätzlich den Verzehr von Schweinefleischprodukten ab! Ich lehne grundsätzlich den Verzehr von Schweinefleischprodukten ab! Ich lehne grundsätzlich den Verzehr von Schweinefleischprodukten ab! Wenn du viermal da rein schlickst, der Kneis geht nur! Bärlamm! 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 Osmos! Schleppura! Gäselkrebs! Osmosios! Klaus! 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 Wenn du viermal da rein schlickst, der Kneis geht nur! Wenn du viermal da rein schlickst, der Kneis geht nur! Du belügst und betrügst mich! Du belügst und betrügst mich! Soll ich dir ne Schmalzstunde machen? Aber ich hab keinen Schmalz! Soll ich dir ne Schmalzstunde machen? Aber ich hab kein Schmalt. Ich lehre grundsätzlich den Verzehr von Schweinefleischprodukten. Riech, riech, kniech, kniech! Was muss ich jetzt aus dem Arzt für das Nachdruck merken? Heilwagen, Fettnagel, Lärmaheer, Juschenka, Bähnenflau, Schell am Meer, Scheuskohl für Saunamager, Aquar, Flundestein, Brühlein, Liedertrauber, Maul, Brems da, der kittig Darm, Lärm, Ewing, Fettnagel, nur Schessi, Teuer, Trau, Heilposten. Mach das Licht aus deiner Arschlisache! Danke! ... ... ... ...